Ich habe in Hamburg bei einem Auftritt mal gefragt, ob jemand eine Grille kann. Kann jemand eine Grille nachmachen? Okay, in Hamburg habe ich, es war eigentlich genau die gleiche Stille, bis auf eine Person. Ich habe gesagt, wer kann eine Grille nachmachen? Und er so, ja! Und ich dachte so, wie lange hast du auf diesen Moment gewartet, ja? Also wie lange gehst du zur Kulturveranstaltung und denkst dir, warum fragt mich niemand, ob ich eine Grille nachmachen kann? Verdammte Scheiße, so eine Kacke, ich gehe nur deswegen da hin, ja? Und er sprang so auf und ich dachte so, okay, wenn er das so enthusiastisch anmoderiert, dann muss ich ihm auch den Raum geben. Und er sagte so, ja, ich kann das schon machen, aber ich muss mich aufwärmen. Und dann macht er, als es wirklich war, er macht dann so, ja, 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 zäh, ja, zäh, ja, 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 rollbrett, solche Sachen. Und dann wurde es auf einmal still, ganz still und ich dachte so, okay, jetzt passiert was ganz magisches wahrscheinlich. Und er sagte dann einfach nur, zirp.